Liebe Besucher unserer Onlineveranstaltung, sehr geehrter Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Banat der Schwaben, Herr Peter Dietmar-Lever, sehr geehrter Herr Bürgermeister der Gemeinde Giseladorf, sehr geehrter Herr Pfarrer Kolla, sehr geehrter Herr Pfarrer Domitresk, sehr geehrter Herr Dr. Claudio Kalin, liebe ehemalige Giseladorfer und Panjoware, dear Guests from overseas, liebe Landsleute und Freunde, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer digitalen Veranstaltung in der Welt verstreut, digital vereint. Toni Michels, der stellvertretende Vorsitzende unserer Heimatortsgemeinschaft, hatte die Idee zu diesem Titel. Wie gut er passen wurde, wagten wir nur zu hoffen. Wir haben heute Teilnehmer mit Banat der Wurzel aus mehreren Teilen der Welt zugeschaltet, aus Giseladorf, aus Rumänien, aus Deutschland und vom nordamerikanischen Kontinent. Heute, am 9. Oktober 2021, wollten wir uns in Hallstatt treffen. Als wir im Frühjahr die Veranstaltung planen sollten, wussten wir noch nicht, wie der Herbst aussehen würde. Haben alle bis dahin tatsächlich ein Impfangebot? Können oder wollen sich alle impfen oder testen lassen? Wie viele Gäste dürfen in die Gaststätte rein? Dem Vorstand war es wichtig, dass alle, die kommen möchten, auch kommen können. Keine sollte draußen bleiben. Deswegen haben wir beschlossen, das Treffen um ein Jahr zu verschieben. Da uns aber nach dieser langen Zeit des Zuhausebleibens doch die Gemeinschaft fehlend, wollten wir eine Alternative anbieten. In unseren Zeiten haben wir neue Möglichkeiten. Wir können uns digital sehen, uns treffen über FaceTime, Skype, WhatsApp oder Zoom. Wir können viele unterschiedliche Beiträge sammeln, damit wir das übliche Spektrum unserer Heimattreffen abdecken können. Politik, Kirche, Brauchtung, Kultur und Unterhaltung. Wir hoffen, dass unsere Auswahl gefällt und wünschen gute Unterhaltung. Bitte passen Sie auf sich und Eure Lieben auf, damit wir uns nächsten Oktober in Hallstatt gesund alle wiedersehen. Wir haben nächstes Jahr mindestens zwei Gründe zum Feiern. 140 Jahre seit der Gründung Jesaladorfs und 40 Jahre seit der Gründung der Heimatortsgemeinschaft Jesaladorf-Panjova. Es wird ein schönes Fest werden, so Gottes Willen. Sehr geehrte Frau Vorsitzende Bodenschuh und Mitglieder des Vorstandes der Heimatortsgemeinschaft Jesaladorf-Panjova. Liebe Mitglieder unserer Landsmannschaft und Angehörige der Heimatortsgemeinschaft. Zu Ihrem digitalen HOG-Treffen grüße ich Sie herzlich aus der Bundesgeschäftsstelle unserer Landsmannschaft in München. Sie haben sich in diesem Jahr für ein anderes Format des Zusammenseins entschieden, entscheiden müssen. Ein Format, welches den Einschränkungen der Corona-Pandemie gerecht wird und doch einen Brückenschlag zu den in aller Welt verstreuten Landsleuten ermöglicht. Das digitale Heimattreffen findet statt. Es weckt Neugier. Es verbindet Generationen. Es schlägt Brücken in alle Regionen und es bleibt abrufbar. Das sind alles wichtige Aspekte, denn eines haben wir in dieser schwierigen Zeit sehr schnell gelernt, lernen müssen. Unsere Vereinsarbeit lebte vor allem von der emotionalen Nähe der engen Verbundenheit einer Gemeinschaft, die in einer ganz bestimmten Region, unter ganz bestimmten Bedingungen entstanden und fortentwickelt wurde. Unser Kapital ist dieses gemeinsame Erleben im Banat. Angereichert durch die Fortsetzung des Gemeinschaftslebens in Deutschland oder wo immer wir auch zusammenkommen mögen, zurzeit eben online. Irgendwann wird auch Corona Geschichte sein. Die Landsmannschaft mit allen regionalen Verbänden sowie die Heimatortsgemeinschaften werden sich wieder verstärkt ihren Initiativen und Projekten zuwenden, werden planen und versuchen recht viel davon umzusetzen. Unser Erbe liegt ausgebreitet vor uns. Beschäftigen wir uns damit, vermehren wir es, halten wir es attraktiv, damit es auch für die nächste Generation interessant bleibt, damit diese es entdecken kann. Auf ihre Art und Weise, mit ihren Interessen und Neidungen. Es ist nie zu spät, damit zu beginnen. Der Bundesvorstand der Landsmannschaft der Banater Schwaben wünscht Ihnen allen ein schönes Heimattreffen. Möge Sie alle und noch viele mehr zum nächsten Treffen hinführen, bei dem Sie alle wieder real zusammen sein können. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Liebe Mitglieder der Heimatortsgemeinschaft Giseladorf und Paniobal, Ihre Vorfahren haben den heiligen Wendelin zum Patron ihrer Kirche erwählt. Das ist verständlich, da der heilige Wendelin als Beschützer der Viehherden gilt und die Siedler im Banat vor allem von Land und Viehwirtschaft gelebt haben. Die Verrierung des heiligen Wendelin ist durch die Donausschwaben gewissermaßen importiert worden in eine Gegend, in der sie früher nicht bekannt war. Das Grab des heiligen Wendelin befindet sich im Saarland, nicht weit von Trier. Und dort wurde er auch am meisten vererbt. Durch die Siedlungsbewegungen des 19. Jahrhunderts wurde die Kunde von ihm nicht nur nach Mittel- und Osteuropa gebracht, sondern sogar bis nach Südamerika. Das Unterwegssein zu neuen Lebensräumen war in dieser Zeit ein weit verbreitetes Phänomen. Die ersten Bewohner von Giseladorf haben dies in besonderer Weise erfahren, da sie nach ihrer Übersiedlung aus Deutschland zunächst in anderen Ortschaften im Banat ansässig wurden. Und erst nachdem die Donauebene als Siedlungsraum wegen häufiger Überschwemmungen aufgegeben werden musste, in das heutige Giseladorf kamen. Nach mehr als 100 Jahren auf der Banat der Heide leben nun viele Giseladorfer und Panjauwäuer wieder in Deutschland oder anderen westlichen Ländern. Auch für die Beweglichkeit zwischen verschiedenen Lebensräumen ist der heilige Wendelin ein guter Patron. Er stammte ursprünglich aus Irland und blieb auf der Rückfahrt von einer Pilgerreise nach Rom in der ehemaligen Kaiserstadt Trier. In seiner Zeit, dem 16. und 17. Jahrhundert, war es ein lebensgefährliches Unterfangen, ohne den Schutz des Familienverbandes in einem Fländengebiet leben zu wollen. Dennoch taten das in jeder Zeit viele überzeugte Christen aus Irland und Schottland. Sie gingen in das damals sehr ungeordnete Germanien, um ihren Glauben zu verkünden und um sich nur auf Gott und nicht auf irdische Gewissheiten zu verlassen. Der heilige Wendelin wurde in seiner neuen Heimat gut aufgenommen. Manche andere verloren ihr Leben als Missionare für den christlichen Glaube. Wenn sie die Verrierung des heiligen Wendelin von Gisela-Dorf und Panjowa mitgenommen haben in die neue Heimat, so kann er jedenfalls lehren, keine Angst zu haben von Ortsveränderungen. Im Vertrauen auf Gott werden wir auch in sich verändernden Lebenssituationen zurechtkommen. Auch für die Menschen, die in Gisela-Dorf und Panjowa geblieben sind, hat sich das Leben grundlegend verändert. Es gibt heute noch etwas, 25 römisch-katholische Gläubige, die zu dieser Gemeinde gehören. Es braucht Mut, um in dieser Situation an meine Zukunft zu glauben. Doch unser Gott ist ein Gott des Lebens und ein Gott der Zukunft. Alles, worauf die Menschen üblicherweise ihre Zukunftshoffnungen bauen, ist vergänglich. Die Treue und Liebe Gottes vergeht nicht. Auch sie sollen wir also bauen, wie es der heilige Wendelin getan hat. Gott ist da, in allen frohen und schmerzvollen Ereignissen unseres Lebens. So hat er sich schon dem Mose am Sinai vorgestellt. Ich bin, der ich bin. Dies als Dasein, dabei sein Gottes, hat sein Sohn, unser Herr Jesus Christus, bis zur letzten Konsequenz gelebt. Wenn wir ihm nachfolgen wollen, und das ist ja die Tradition der Banateschwaben, dann sollen uns leiten Vertrauen, Einsatzbereitschaft, Offenheit und Sympathie mit neuer Begegnungen, Glaubenstreue und eine innere Freiheit gegenüber irdischen Anhänglichkeiten. Liebe Landsleute aus Giseradorf und Paneuva, aus dieser Haltung heraus werden wir auch die heutigen Wandel- und Fluchtbewegungen ohne Angst betrachten können. Die Not von Menschen, die in ihrem bisherigen Lebensraum nicht mehr bleiben können, sollte uns bewegen, nicht die Sorge, dass uns etwas weggenommen wird. Natürlich ist vernünftig und realistisch zu überlegen, was getan werden kann, aber Angst und Hass sind jedenfalls schlechte Ratgeber. Wo auch immer auf dieser Welt wir uns befinden, leben wir in gewisser Weise in der Fremde. Das war die Überzeugung der ersten Christen, die übrigens auch recht beweglich waren in ihren Aufenthaltsorten, da sie kriegerischen Ereignissen oder der Verfolgung und Diskriminierung durch die heimischen römischen Autoritäten ausweichen mussten. Auf dieser Welt leben wir deshalb in der Fremde, weil unsere eigentliche Heimat im Reich Gottes ist. Am Ende unseres jüdischen Lebens gehen wir heim, in die Heimat, als er uns keine weltliche Regierung vertreiben kann. Das Bürgerrecht im Reich Gottes haben wir durch die Taufe erhalten. Nach dem Gesetz dieses Reiches sollen wir auch auf dieser Erde leben. Es ist das Gesetz der Liebe. Freilich können wir uns nicht verheilen, dass das idische Leben das einzige Leben ist, welches wir kennen, während wir von unserer heimischen Heimat nur von anderen gehört haben. Da haben sie, die aus dem Banat in die ganz andere deutsche Lebenswelt übersiedelt sind, gewissermaßen einen Vorteil gegenüber denen, die ihren Ort seit Generationen nicht verlassen haben. Denn sie wissen, dass es auch an einem Ort, den sie früher nur vom Hören sagen konnten, ein gutes Leben geben kann. Entscheidend aber ist für uns alle, dass der, welcher uns von unserer himmlischen Heimat erzählt hat, der treueste und vertrauenswürdigste Zeuge ist, unser Herr und Bruder Jesus Christus, der uns vorausgegangen ist und der wünscht, dass wir dereinst mit ihm vereint sein sollen in ewiger Freude. Liebe Gisela-Dorfer und Paneu-Weier-Gläubige, diese Freude darf auch schon hineinstrahlen in unser jetziges Leben, auch wenn es vielleicht von mancherlei Beschwerden belastet ist. Und so wünsche ich Ihnen von hier aus Gisela-Dorf, aus Lugosch, ein frohes und stärkendes Treffen mit guten Gesprächen, angenehmen Aufenthalt und gemeinsamen Gotteslob. Ostenfalls Ostenfalls Musik Musik Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus Liebe Brüder, wenn ihr um die Gerechtigkeit willen leiden müsst, seid ihr selig zu preisen. Fürchtet euch nicht von ihnen und lasst euch nicht erschrecken, sondern haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn, heilig. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Aber antwortet bescheidert und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen. Dann werden die, die euch beschimpfen, weil ihr in Christus ein rechtschaffenes Leben führt, sich wegen ihrer Verleumdungen schämen müssen. Es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus Liebe Gisela Dorfer, liebe Panjowara-Lanzleute, liebe Mitchristen. Vielleicht ergeht es manchen von ihnen auch so oder ähnlich wie mir. Sie verbinden bestimmte Töne, das Gehörte, bestimmte Geschmäcker, Gerüche und Düfte. Manche Gefühle, manches Gesehene mit Orten und Erlebnissen, die vielleicht in ihrer Lebensgeschichte schon etwas weit zurückliegen. Sie gehören aber zu ihnen und sie sind wie eine Brücke zur eigenen Lebensgeschichte und gehören elementar zu ihrem Leben. Heimatsortstreffen sind Orte und Gelegenheiten, Gefühltes, Gehörtes und Erlebtes untereinander auszutauschen. Manches Gesehene mit den Orten und Erlebnissen zu verbinden, die wir einst gemeinsam geteilt haben. Corona lässt ein konkretes Zusammenkommen noch nicht zu. Gefühltes, Gehörtes und Erlebtes untereinander auszutauschen, manches Gesehene mit den Orten und Erlebnissen zu verbinden, muss jetzt über diese digitale Schiede geschehen. Dem Gemeinschaftsgefühl, mit den Augen eines anderen etwas zu sehen, mit den Ohren eines anderen etwas zu hören, mit dem Gefühl des Herzens eines anderen es auszudrücken, soll dabei der eigenen Erinnerung nicht im Wege stehen. Liebe Gisela-Dorfer, liebe Panioware-Landsleute, versetzen wir uns zeitlich in die Heimatkirche Gisela-Dorf zurück, erinnern wir uns, die es noch erlebt haben, an das Fest des heiligen Wendelin, besser, an Kirchweih, die gefeiert wurde und bringen wir die heilige Gisela, die Namensgeberin der Gemeinde und des Ortes, ins Gedächtnis. Beide sind im Altarraum der Kirche von Gisela-Dorf bildlich zu sehen. Diesmal vielleicht auch eine Gelegenheit, auf die Lebensgeschichte und ihr Heiligwerden zu schauen. Auf die Gründe, warum unsere Ahnen von Gisela-Dorf und Paniowar in sie ihr Vertrauen setzten. Im Glauben waren sie ihnen Vorbilder. Auf ihre Fürsprache bei Gott haben sie vertraut. Gisela war die älteste Tochter des Bayernherzog Heinrich und die Schwester des späteren Kaisers Heinrich II. Sie wurden in Regensburg geboren, erzogen, mit zehn Jahren mit dem vielversprechenden ungarischen Königssohn Stefan verheiratet. Während ihrer 40-jährigen Regierungszeit entstand im weithin noch heidnischen Ungarn ein funktionierendes kirchliches Leben mit zehn Bistümern, zahlreichen Kirchen und Klöstern. Wegen der Christianisierungskampagne war das Königspaar bei den heidnischen Huhnen nicht überall beliebt. Auch als Königin, so hatte sie es aber verstanden, muss man christlichen Verpflichtungen nachkommen. Dafür auch manches erleiden. Nach dem Tod König Stefan im Jahr 1038 wurde Gisela festgesetzt und kam erst vier Jahre später wieder frei. Jetzt in Passau im Kloster Niedernberg. In Niedernberg starb sie 1060. Dort kann ihr Grab heute noch besichtigt werden. Dargestellt wird sie als Königin mit Rosenkranz beim Verteilen von Almosen oder mit einem Kirchenmodell. Ein zweiter Patron, der unsere Heimat, ja Herkunftsgemeinde als Bild im Altarraum stehen hat, ist der heilige Wendelin. Das Vertrauen in seine Hilfe war groß. Er schützte die Felder unserer Ahnen, ihre Wiesen, ihr Vieh und Wälder und behütte sie in Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden. Als Bürger, Königssohn, Viehhirt, Einsiedler, Abt, Priester, Wundertäter, kurz als Heiliger, Schutzpatron der Kirche von Kisela Dorf und der Gemeinde stand und steht er symbolisch da. Geboten wurde Wendelinus als Sohn des iroschottischen Königs Forchard unter der Edelfrau Evelina. Noch im jungen Alter bringt man ihn in eine Klosterschule, in der er eine hervorragende christliche Erziehung genießt. Hier versteht man es aber auch ihm, die Liebe zu Gott und zum Nächsten einzupflanzen, die ihn fortan nie mehr loslässt und zum Markenzeichen seines ganzen irdischen Lebens wird. Mit etwa 20 Jahren verlässt er seine Heimat und geht auf lange Wanderschaft, die ihn auch nach Rom führt. Vom Papst erhält er den Segen für sein Unterfangen. So kommt Wendelin auf seiner Pilgerreise nach Trier in die Nähe der heutigen Stadt St. Wendel, wo er sich niederlässt und ein frommes Leben der Beschauung führt. Dieses vorbildliche Leben bleibt nicht verborgen. Es dringt mächtig zu den Menschen der Umgebung. Von dort brachten Hans-Siedler der Gemeinde Gisela-Dorf unsere Ahnen das Vertrauen in diesen Heiligen mit in ihre neue Heimat in das Banat. Seine fürbittende Hilfe gewährte ihnen Schutz für Seele und Leib wie für Hab und Gut. Er schützte ihre Felder, Wiesen, ihr Vieh und Wälder, ihr Haus und Hof und hütete sie in Wahrheit Gerechtigkeit und Frieden. Die Erinnerung und die Betrachtung der beiden Biografien des heiligen Wenderlin und der heiligen Kisela sollen auch uns ein Gefühl der Dankbarkeit geben und zugleich auch erkennen lassen, dass Selbsteinschränkungen des Beschenktseins etwas wertvoller sein kann. Nach Jahren treffen wir uns als Landsleute, als Menschen von Gisela Dorf und für Banioba, die gemeinsam ihre Kinder und Jugendjahre dort verbracht haben. Was eine Dorfgemeinschaft auch wie die von Gisela Dorf und Panioba ausmacht, hat mit Gemeinschaft, mit Zusammenhalt vieles zu tun. Gemeinschaft, Zusammenhalt sind Worte, die man in diesen besonderen Zeiten zwar sehr häufig hört, aber für uns sind es nicht nur Worte, für uns sind es Orte und Erlebnisse, die verbinden. Es sind bestimmte Töne, das gehörte, bestimmte Geschmäcker, Gerüche und Düfte, manche Gefühle, manches Gesehene verbunden mit Orten und Erlebnissen. Ein Stück Heimat, ein Stück Lebensgeschichte. Wenn wir Heimatsortstreffen feiern, dabei diese beiden Schutzpatrone, die Heilige Kisela und den Heiligen Wenderlin feiern, beinhaltet das auch, dass über diesen Bezug hinaus sie als Schmuck, ja, sichtbar im Altarraum stehen, dass sie durch ihre christliche Gesinnung und Lebensführung uns ein Beispiel hier geblieben sind. Sie waren über Generationen feste Vermittler von Fürbitten bei Gott. Sie waren präsent in jedem Haus, im Leben der Menschen und deren Besitz. Sie waren bei Vielfält, Wald und allem, was ländliches Leben ausmacht, zugegen. Schützer, der Schützer. Dieses Vertrauen wurde unseren Ahnen zum Segen. Liebe Gisela-Dorfer, liebe Panjowara-Landsleute, liebe Mitchristen, Lebensgeschichten kann man nachlesen. Eine Gesinnung trägt man in sich. Wenn wir als Nachkommen der Gisela-Dorfer und der Panjowara, die die heilige Gisela und den heiligen Wendelin auch heute noch Feiern erwähnen, zeigt, dass der Bezug zu deren vorbildlichen Lebensführung ein Grund zum Feiern sein kann, ein Bezug zu ihrer Gesinnung für uns zum Segen sein kann. Mit diesem Segen möchten wir gerne leben. Und diesen Segen bitten wir als Gesinnertorfer und Bannjowara gelandet. Gesinnertorfer Jungfrau und der Königin als ein Gewinn auch will noch bringen mein Herz und ihn es lieben ihn und was ich leiden leiden wir auch werden soll steht ihr Augen und verzei'n ich weiß ja du wirst für die sorgen die jahre jahre die und und jahre jahre beten zu jesus christus dem der vater alle macht im himmel und auf erden gegeben hat jahre jesus christus wir bitten dich er höre uns für die christin in rumänien ungarn und deutschland dass sie auch die fürsprache der heiligen gisela und des heiligen wendelin ihren glauben bewahren gib ihnen mut und kraft auch in der zukunft wege zu gehen mit denen sie christliche werte erhalten her jesus christus wir bitteln ich erhöre uns für alle die sich mit geselladorf und panobach verbunden fühlen dass sie den anforderungen und der zeit gerecht werden die veränderungen ertragen und sich einsetzen für eine gerechte welt her jesus christus wir bitteln dich erhöre uns für unsere gemeinden gisela dorf und panobach dass wir uns von deinen geboten leiten lassen dass wir dir für das geschenk des glaubens in der gemeinschaft dankbar bleiben her jesus christus wir bitteln ich erhöre für alle die in unserer gemeinschaft von krankheit leid sorge und not geplagt werden für alle die heute nicht in unserer mitte sein können sich dennoch mit uns verbunden fühlen her jesus christus wir bitteln dich erhöre uns für menschen die der botschaft christi vertrauen schenken und sich für andere in der gesellschaft stark machen und für die an die wir jetzt besonders denken herr jesus christus wir bitten dich erhöre uns für alle verstorbenen seit dem letzten haug treffen für unsere verstorbenen eltern angehörige seelsorger und vorgesetzten für die gefallenen in den weltkriegen für die in lagern und sonst wo er niedrig misshandelt und getötet wurden wie für alle verstorbenen in alten und neuer heimat herr jesus christus wir bitteln dich erhöre uns herr jesus christus du hörst unsere bitten wir brauchen deine hilfe um in guter gemeinschaft leben zu können dir sei ehre und macht in alle ewigkeit amen so und die die �ime die 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 So weit, so weit, so weit die Wolken blingen. Du krebst uns mit warme Herzlichkeit und teilst uns bei so stillen. Herr, meine Burg, mein Feld, mein Ort, vernehm, mein Flieh, merk auf mein Wort. Denn ich will vor dir bitten, denn ich will vor dir bitten. Als wir diesen Sommer im August Gisellerdorf besucht haben, hatten wir die Gelegenheit, mit Stefan Ciprian Cenusche zu sprechen. Er ist der Sohn von Helen und Vizebürgermeister der Gemeinde Gisellerdorf. Er hat uns vermittelt, dass wir mit dem Bürgermeister von Gisellerdorf, Mircadino Miran, ein Interview führen können. Der Bürgermeister erzählt uns einiges über sich und über die Entwicklung der Gemeinde in den fünf Jahren, seitdem er Bürgermeister ist. Das ganze Interview kann von unserer Webseite angesehen werden. Wir werden es mit deutschen Untertiteln bereitstellen für die, die dem Rumänischen nicht mehr mächtig sind. Hier bringen wir einen Auszug daraus. – Bună ziua, domnule primar, Mercadino Miran. – Miran, exact. – Sunt foarte bucuroasă că avem ocazia să ne întâlnim și să vorbim împreună despre Comuna Gisela și satele sale. – Eu vă mulțumesc pentru vizita pe care ne-ați făcut-o și vă așteptăm cu drag, ținând cont de faptul că aici a fost o comunitate de-a lungul timpului de germani și de maghiari care am conviețuit împreună cu românii foarte bine de-a lungul timpului. – Să zic așa, am ca și vârsta în 40 de ani, sunt inginer de specialitate, inginer de mediu, am terminat facultatea la Timișoara 5 ani de zile la direcția de mediu. Iar după aceea am lucrat ca și inspector, să zic așa, la apele române, la administrația bazinală de apă bănăt pe o perioadă de 6 ani de zile. – După aceea, în 2016, am hotărât ca să candidez la funcția de primar al Comunei Ghizela. – Pot să vă spun că cetățenii au fost deosebiți, să zic așa, vis-a-vis de votul care le-au acordat, m-au votat, m-au ales cu sufletul, să spun așa, fiind fiu al satului născut și crescut aici la Ghizela. – Am avut o campanie electorală nu ușoară, am știut ce mă așteaptă, să zic așa, în perioada următoare. N-am promis nimic cetățenilor din Comune până nu am știut ce să găsesc. – Sigur că Comunitatea sau Comuna Ghizela a trecut printr-un proces amplu de dezvoltare, să spun așa, ținând cont de faptul că noi suntem o comunitate unde nu avem un buget local colosal, avem un buget local mic, comparabil cu localitățile periurbane, să spun așa, orașului, care au bugete mari și își permit să vină cu realizări pentru comunitate. Dar, să zic așa, Dumnezeu m-a ajutat în această perioadă de patru ani de zile, o perioadă grea, să vin cu realizări pentru Comunitatea Ghizela și, practic, să dezvoltăm, să dezvoltăm Comuna. Și primarul este primarul tuturor patru localități. În cont de faptul că avem aici, avem Șanovița, Ghizela, care este centru de comună, Hiseaș și Paneva. Ca și realizări, să zic așa, în comunitate, am început cu DC81, drumul comunal Ghizela-Hiseaș, 2 km 500, care nu au avut asfalt niciodată. Am reușit să ducem acolo asfaltul la oameni, am reușit să ducem alimentarea cu apă în localitatea Paneva, să o realizăm. Nu aveau apă curentă oamenii de la Paneva. Am modernizat într-un somn de străzi în Ghizela și într-un somn de străzi în Șanovița, tot cu asfalt. Am făcut pentru tineri, pentru copiii satelor, să zic așa, două terenuri de sport multifuncționale, dotate cu nocturnă, unde pot să-și deșură activitățile de sport și noaptea, așa, când o reschiei. O să avem niște tronsoane, să zic, de vreo în jur de 14 km de asfalt, ceea ce include pe toate cele patru localități, Ghizela, Șanovița, Paneva și Hisiaș. Avem un proiect cu alei pietonale, cu pavaj și cu poduri cu accese la proprietăți, care sper, sper ca să-l fie finanțat. Al treilea proiect mare, care este vorba despre o răția inteligentă de gaze naturale, care doresc ca să o aduc la Ghizela. În 2020 am câștigat alegerile cu un procentaj cel mai mare din județul Timiși, 91,4% și asta doresc ca să mulțumesc cetățenilor pentru încrederea care mi-au acordat-o. S-au fost cu totul deosebit, ar procesul de votare. Și putem să realizăm împreună niște lucruri care vor rămâne pentru multe veacuri. Și, practic, eu am un principiu că omul face istorie, nu e istoria omului. Comunitatea este formată din oameni care, după ce germanii au plecat de la noi, s-au mutat cetățenii din alte zone, regiunele țării la noi aici, în Ghizela, conviețuim foarte bine, am avut o problemă, să zic așa, nu am avut biserică ortodoxă, noi nu avem biserică ortodoxă în Ghizela, acum există un proiect cu părintele ortodox. Veți face și presupun că în proiectul care asfaltează drumurile este inclus și drumul spre cimitir. Sigur că da, sigur că da, sigur că da, este inclus și drumul spre cimitir. Acesta a fost, de acolo, practic, am început. Am început pentru că este o situație dificilă cu accesul, doar că este pietruit, totuși stă bine chiar dacă plouă, nu există, nu sunt probleme, dar, pardon, totuși în 2021 nu mai doresc pietruiri, doresc peste tot asfalt. Fac o invitație la comunitatea de români din Germania, cu care dumneavoastră, practic, țineți legătura, așa, dacă vom scăpa de acest val de pandemie, nu știm ce se întâmplă mâine, poi mâine, cum va fi situația, practic, să putem să ne întâlnim, să ne întâlnim la noi la Căminul Cultural, aici, la Ghizela, la o masă, într-o seară, o să organizăm, astea se fac din timp, prin intermediul dumneavoastră, vă rog, ca să luați legătura cu dânsii, și atunci ne întâlnim într-o seară, să facem o seară memorabilă, practic, cu muzică, cu voie bună, cu petrecere, ca să-și aduc aminte cei care au fost aici cândva, că totuși există niște oameni care se mai gândesc încă la ei. Sunt niște lucruri care, eu trăiesc din asemenea evenimente, îmi place foarte mult, îmi plac întâlnirile acestea, discuții, practic, și la un șpriță, fiecare, să spun, amintiri care au aici în zonă, cum este și mama, care am înțeles că este născută aici la noi, în Ghizela. Este un lucru incredibil și vă așteptăm cu mult drag. Mulțumim pentru invitație. Din cauza pandemiei am amânat cu un an toate evenimentele care le-am avut programate. Deci, în 2022 ne vom întâlni în Germania și în 2023 am dorit să venim la Ghizela să sărbătorim 140 de ani de la fondarea satului. Dacă putem face acest eveniment împreună, ne-am bucurat foarte tare. Cu drag, cu drag, vom ține legătura în permanență și eu vă aștept încă o dată cu mare drag și o să vedeți că o să vă simțiți ca și acasă. Din nou ca și acasă. Din nou ca și acasă vă așteptăm la noi, la dumneavoastră, practic, în Ghizela, să veniți și să ne simțim extraordinar. Confortul cetățenilor în sat s-a schimbat foarte mult de când au plecat cei mai mulți de aici. Cum este situația cu locurile de muncă? Avem, pe raza comunei Ghizela, avem cea mai mare fermă de aluni, de aluni, de o plantație mare de aluni care este ținută de niște coproprietari de niște italieni din Italia care dân și au dezvoltat o comunitate. Ferma se întinde pe 3 oateuri pe Ghizela, pe Seca și pe Brestovăț are în jur de 1800 de hectare. 1400 am înțeles că sunt plantate dintre care 1300 și ceva sunt pe rod. Există o parte din cetățenii de la Belând din Comuna care muncesc acolo. O altă parte merg la diverse firme pe lângă Timișoara, pe lângă Lugos. Există mijloc de transport care este pus la dispoziție. Vine, îi ia, îi duce, îi aduce. Alți oameni sunt crescători de animale, ceilalți puțin cu agricultura. Deci există, există potențial la noi în zonă și oamenii au chiar locuri de muncă fără niciun fel de problemă. Cum este situația cu copiii? Cât sunt copiii la școală, funcționează școala? Am văzut că aveți o echipă de fotbal care, bineînțeles, profită de stadionul care l-ați construit de nocturnă. Ce pot să vă spun? Avem școala generală. În Paniuva nu mai există școală, s-a desfințat. Există doar în Ghizeala școala generală cu clasele 1-8 și grădinița. Există și toți, și în Șanovița, avem grădinița, doar grădiniță, fără școală. Copiii cu transportul sunt aduși cu microbus care noi susținem costurile. Sunt colectați, practic, sunt luați din fiecare localitate și aduți aici la școală. Există doamna directoare care este de la Lugos, care însă face naveta. Avem o relație, pot să zic, bună cu doamna directoare și sigur că noi, Consiliul Local, ne asumăm și sprijinim cu tot ceea ce trebuie, inclusiv încălzire, care ne încălzim cu lemn, ne avem centrale pe lemn și susținem acești copilași cât este posibil. Și în Șanovița, cândva era școală, doar că citățenii din Șanovița au optat ca să ducă copiii unii la Belinț, alții la Luguj. Este dreptul lor fiecare cum dorește. Eu întăresc și susțin ca și copiii să facă școală aici la noi, pentru că să știți că avem niște profesori de o foarte bună calitate, dar opțiunea e a fiecarea și eu nu pot ca să oblig așa să zică cetățenii, fiecare fac cum doresc. Vis-a-vis de tinerii pe linie de sport, avem terenul artificial care discutasem înainte despre el. Există sus și baza de agrement, terenul de sport, care o să vedem cum implementăm și un vestiar pentru acești copii, că avem o echipă de fotbal. Ies în weekend, joacă fotbal, vin echipe din deplasare, merg și la ceilalții. Foarte bine că se întâlnesc, dar iarăși a fost o problemă vis-a-vis de pandemie și foarte rar. A fost și suspendate etapele de fotbal. Vă rog. Pentru invitația care ne-ați transmis-o, vă mulțumim. Dacă doriți să mai spuneți două, trei cuvinte celor care se vor întâlni digital cu noi în octombrie. Le doresc tuturor multă sănătate și să aibă grijă fiecare de el și de familia lui. Și aștept cu nerebdare ca în 2022 să ne revedem, sau să ne vedem, sănătoși. Să știți că aici la Ghizela aveți un partener loial care v-a făcut invitația și vă așteaptă cu mare drag și vă așteptăm, practic, să petrecem niște momente de neuitat. Vă mulțumesc! Cu drag! Covdoros Pe aici, mi m' aici Claudio Calin. Eu e b-așor aici, b-așor aici de Bistu în Temeswag. De i-așor na Bischofțul palais de Diozese Temeswag. Eu studi幣 G-așor aici, înucrăția și de Germanistia în Temeswag. studiert und seit 2004, vom 23. August 2004, bin ich Diözesanarchivar, ursprünglich noch als Lehrling, neben einem Fachmann, Dr. Franz von Klimmstein aus Regensburg und ab 2007 bin ich dann alleine als Archivar geblieben mit Mitarbeitern, die aber dann zeitweise hier tätig waren. Im Diözesanarchiv bekommen wir ständig Gäste und Forscher. Es ist nicht gerade der ruhigste Ort des Bistums, wie man sich so vorstellen würde. Aber das freut mich in erster Linie, weil das heißt, die Leute haben Interesse an ihre Wurzeln, an ihre Geschichte, an die Vergangenheit, die uns dann Halt und Sinn oft in unserer Gegenwart geben. Das Diözesanarchiv ist von Anfang an ein Bestandteil eines Bistums, ein Büro, eine Abteilung eines Bistums. Wenn eine Diözese, ein Bistum gegründet wird, dann wird fast gleichzeitig auch das Archiv gegründet. Im Archiv werden die wichtigsten Dokumente des Bistums aufbewahrt, Urkunden, Ernennungsurkunden, Gründungsurkunden, Dokumenten zu den zentralen Behörden eines Bistums, zum Domkapitel, zur Kathedrale, zur Leitung der Diözese, zu den Bischöfen, aber auch zu den Gemeinden, zu den Dörfern und Pfarreien, die am Gebiet des Bistums, der Diözese, funktionieren und ihr Leben entfalten. Somit gibt es im Diözesanarchiv auch ein Pfarrarchiv Giselladorf, ein Bestand aus Giselladorf und es gibt dann auch Matrikelduplikate aus Giselladorf. Nach der Wende 1990 begann der damalige Kanzleidirektor Martin Roos, späterer Bischof von Temeswar, die Bestände, die Pfarrarchivbestände aus den Dörfern zu zentralisieren und nach Temeswar zu bringen. Vor allem musste das geschehen, weil viele deutsche, deutschsprachige Dörfer, aber nicht nur, fast leer dastanden und die Pfarrhäuser, die Pfarreien waren dann auch leer und in Gefahr verloren zu gehen. Und aus diesem Grunde hat man diese Operation sozusagen begonnen und man hat vieles noch gerettet, mancherorts weniger, je nach Fall, je nach Dorf, je nach Situation. Wer im Diözesanarchiv forschen möchte, kann sowohl geschichtliche oder kirchliche Aspekte aus dem Leben der Heimatgemeinde, der unterschiedlichsten Heimatgemeinden forschen, kennenlernen, aber viele unserer Forscher sind von genealogischen Aspekten interessiert. Das heißt, die Geschichte der eigenen Familie, der eigenen Verwandtschaft und die Geschichte der eigenen Herkunft eigentlich. Und natürlich, das ist auch ein sehr wichtiger und interessanter Aspekt aus dem Leben vieler unserer Landsleute. Eigentlich kann man sich relativ einfach bei uns telefonisch oder per E-Mail anmelden. Man kann auch persönlich vorbeischauen und einen Termin ausmachen. Aber ja, telefonische oder Absprechung oder per E-Mail ist dann immer praktischer und leichter und nachdem man einen Termin ausgemacht hat, kann man herkommen und forschen. Wir haben auch mit Hilfe von Herrn Michels viele Familienbücher gesammelt, auch aus anderen Ortschaften. Und somit können wir auch bei Querverbindungen oder Familienanteilen, die nicht aus Gisellerdorf oder aus benachbarten Dörfern stammen, können wir auch helfen, auch dort weiter zu suchen und vielleicht einiges auch zu entdecken. Das Diözesanarchiv und ich stehen Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Es ist immer eine Freude, wenn besonders auch junge Leute sich interessieren und ihre Geschichte, ihre Herkunft wissen, kennenlernen wollen. Es hat mich vor Jahren einen Fall beeindruckt, wo ein Mann mir erzählte, dass als seine Oma die Augen zugemacht hat, hat er die Augen geöffnet. Das heißt, solange die Verwandten da waren, war er vielleicht mehr oder weniger aufmerksam an das, was sie erzählt haben, die Großeltern, die Eltern oder andere Verwandte. Aber als die nicht mehr da waren, hat er dann so richtig mit dem Forschen und mit der Entdeckung der Geschichte begonnen. Ja, es ist immer eine Freude, auch über diese jetzigen Möglichkeiten, digitalen Möglichkeiten in Verbindung zu bleiben. Und auch wenn wir uns vielleicht noch nicht kennen, würde ich mich freuen, ja, je mehr Gisela Dorfer und Panjovar in unser Archiv begrüßen zu können. Herzlichen Dank für die Möglichkeit und einen herzlichen Gruß fürs Treffen und ich lade Sie herzlichst ein, bei uns so beizuschauen. Liebe Landsleute aus Gisela Dorf, wir freuen uns, dass wir zum Gelingen eures Treffen beitragen können. In diesem Jahr, Corona-bedingt, leider nur digital, hoffen wir euch alle wieder live treffen zu können im nächsten Jahr. Bis dahin, bleibt gesund und munter, bis bald, auf Wiedersehen. Ich schrei'n der Mond, so hell auf dieser Welt, zu meiner Made will ich ihn bestellen. Zu meiner Magel, junge, junge, junge Damus, ich geh'n ja hin, vor ihrem Fensterlein, da bleib' ich stehen. Zu meiner Magel, junge, junge, junge Damus, ich geh'n ja hin, vor ihrem Fensterlein, da bleib' ich stehen. Wer steht da draussen und wer klopfet an, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen kann? Ich steh' mich auf, junge, junge, gelass, ich steh' mich rein, ja rein, denn meine Gänsel sind heut' mich nahein. Ich steh' mich auf, junge, junge, gelass, ich steh' mich rein, ja rein, denn meine Eltern sind heut' mich daheim. Im langen Taler, ja, den schenk' ich dir, wenn du nicht schlafen lässt, heut' Nacht bei dir. Nimm deine Taler, junge, 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 und geh' nach Haus, nach Haus, zu dir zum Schlafverwein. Nimm deine Christian Mosk проб Keeperым, entlang, ja rein, für dieonak Bl prowessenskaden. Nimm deine Taler, junge, 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 und geh' nach Haus, nach Haus, such dir zum Schlafverwein. Achtet ein Meer an mir aus Und sollten wir uns morgen wiedersehen Dann bleib ich stolz bei meinem Wagen stehen Für deine Tage, Jüngi, 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 geh Im Portemonnaie, komm ich dir eine Portemonnaie Für deine Tage, Jüngi, Jüngi, geh Im Portemonnaie, Portemonnaie, komm ich dir eine Portemonnaie Zeit, Jüngi, Jüngi, geh Mein Gisela Dorf, dort wo der Friedhof an der Banja war Straußleit Wo nicht weiter von dem Wald der Kuckuck schreit Wo mir langs der Halderbrunnen ist, auf Babscha gefahr Und ich, als kleines Kind daheim schon war Dort wo es schönste Dorf in der Bananterheck Und vor Spiele und Dau war der beste Fleck Wo mir als Kinder, das ist schon aarisch lang An der Gisela, in der Ziegellächer, haben Fische gefahren Wo ich das erste Glück habe auch erlebt Als junge Buch sind vorwärts gestrebt Dort habe ich den ersten Schmerz auch gespürt Und bemerkt, dass das Glück nicht immer bleibt Wo ich viele ins Grab schon hab geschaut Und grobste Weib mich an angetraut Von dort wo ich träum, weil jede Nacht Wo die schwerste Arbeit mir hat Spaß gemacht Pläne hab ich dort gemacht und so wieder verworfen Und doch war alles schön dort in meinem Gisela-Dorf Gefreit Leid, es hat sich zugedroh, jetzt schon vor langer Zeit Dass der Schummerschanz, so hat man gesagt Und das Gretel hat mal gefreit Man hat nicht gewischt, wie es gekommen ist Ob es nicht gesagt oder ja Die Leute haben sich verbrocht Die Köp und konstatiert Mal so, mal so Derweil war fertig ausgemacht Die Heirat bei den zwei Und das Gretel hat sich ernst gelacht Der Hans ganz glücklich auch Nichts ist auf der Welt so schön Wie wann zwei junge Leute sich gerne haben Und auch verstehen Der Hans uns Gretel freit Traum Heit Nacht hab ich im Traum als Kind Der Hemd im Hof so schön mich gespielt Im Sand hab ich eine Burg gebaut Mein Großvater ganz still mir zu hat geschaut Mein Großi, das kann ich nicht vergessen Hat mich gerufen vor die Hausnässen Butter hat sie mir geschmiert aufs Kerstelbrot und gesagt Ess mein Kind noch in der Backerrot Noch hab ich in den Stall und in den Garten geschaut Und das Ganze war mir so vertraut Die Kuh ist von der Halt hin gekommen Im Hof ein Schwalm ein paar auf dem Baum hat gesungen Von Tobak schnur hab ich ein Peitsch gemacht Von Barscht ein Schmick, das es besser tracht Vor einer Haldepeitsch ein kurzer Stiel hab ich dran gebunden Und war am Ziel Derweil war's oben und ganz duscht schon Auf der Gasse hab ich mein Peitsch noch geschwungen Haben sie hin und her Haben so und anders gemacht Und auf einmal hat's ganz hart gekracht Auf dessen bin ich wackerig Kind Haben um mich geschaut Und auch gleich gesehen Dass ich ein alter Mann In Jormark sein der Hohen Und als Kind der Hemm In Gisela-Dorf-Norvor im Thron Und als der Herr den einen hat verschaffen Mit ihm die Fische füllen und an Alpen Da hat der Kind die große alte Welt Den Adan ganz allein hier eingestellt Und als die Adan einmal auf den Wangen Und in der Zeit die Panisse nicht lang bin Heitwerken Acht disparlib, Du möchtig großer Gott Komm, hilf mir doch aus dieser großen Not Und als der Adan einmal hat geschlafen, mit den Fischchen und der Kaffeln, dann nahm der Herr in eine Himmel raus und schuf ein wunderschönes Heiter raus. Und als der Herr den Adan einmal fragte, wie ihm sein Wein, die ich mal wohl behaupte, dann stehe er einst mit alle Hütten raus und macht mir lauke, sonst schee was draus. Und als der Herr den Adan einmal fragte, wie ihm sein Wein, die ich mal wohl behaupte, dann stehe er einst mit alle Hütten raus und schuf ein wunderschönes Heiter raus. Und als der Herr den Adan einmal fragte, wie ihm sein Wein, die ich mal wohl behaupte, dann schrie er nein, oh nein, oh nein, oh nein, er setzt mir meine Hütte wieder heim. Dann schrie er nein, oh nein, oh nein, oh nein, er setzt mir meine Hütte wieder heim. Oh, hallo. Ja, herzlich willkommen, liebe Landsleute, liebe Banater Schwaben, liebe Gesellerdorfer. Sehr schön, dass ihr alle hier eingeschaltet habt zu unserem virtuellen Treffen. Und ihr habt ja schon einige tolle Beiträge gesehen, gehört jetzt vor mir. Und ich werde euch ein bisschen was von der jüngeren Generation erzählen und von den Projekten, die ich in den letzten Jahren auch in Bezug auf das Banat gemacht habe. Mein Name ist Günter Michels. Ich bin der Sohn von Anton Michels, den kennen vielleicht manche von euch eher. Er ist der Sohn von Josef und Josefa Michels aus Gesellerdorf. Und ja, ich bin noch, ja, ich bin noch dort geboren. Ich bin in Temmelsburg geboren und habe quasi die ersten zehn Monate meines Lebens, ja, im Banat verbracht. Ich bin dort als kleines Baby aufgewachsen und bis dann die Aussiedlung nach Deutschland kam. Und ja, bis zur, quasi bis zur ersten Klasse waren meine Mittelsoma, mein Mittelsopa waren noch dort in Gesellerdorf. Wir hatten ja einen schönen Bauernhof und wir haben jeden Sommer viel Zeit dort verbracht, also die Sommerwochen, Monate. Und ja, also meiner Erinnerung war das immer sehr, sehr schön, sehr schöne Kindheitserinnerung. Und auch so über die Jahre hat mich es dann aber trotzdem immer mehr interessiert, was denn da passiert ist, warum wir in Rumänien und jetzt in Deutschland. Und ja, als ich dann in die erste Klasse gekommen bin, ist quasi meine Michelsoma und mein Michelsopa auch, die sind dann auch nach Deutschland gekommen und da haben dann, ja, da haben dann diese Rumänienbesuche auch gehört. Also ich war danach nicht mehr dort und habe auch nicht wirklich mitgekommen, wie sich das Land entwickelt hat. Es war aber trotzdem durchgehend da, diese Neugier und dieses Wissen wollen, wie war das denn früher, warum war das so, warum ist das bei uns irgendwie anders wie bei anderen, die über Generationen am gleichen Ort leben. Und ich habe eine sehr, sehr tolle Uroma gehabt, die Katharina Frank, geborene Portscheller, und ja, sie konnte wunderbar erzählen. Hat früher, als ich kleiner war, mir auch immer Geschichten erzählt und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich eben auch andere Dinge gefragt. Ich wollte wissen, wie war das denn mit dem Krieg, wie war das denn mit dieser Verschleppung nach Russland, wie war das denn, als sie noch klein war, noch vor dem Krieg. Und ja, ich bin schon seit über 15 Jahren hier in Frankfurt bei dem Radiosender Radio X beschäftigt und mache da auch sehr viele Erinnerungen und Arbeiten mit Informationen. Hier kam es dann einfach, ja, ich muss das aufnehmen, ich muss das irgendwie aufzeigen, die Geschichte, die sie erzählt. Mir war das vielleicht damals noch gar nicht so ganz bewusst, wie die Wichtigkeit von dem Ganzen oder was ich da überhaupt mache. Da war ich so 29, 30, also sie ist am 5. April 2017 mit 95 Jahren gestorben. Ich habe aber so vier, fünf Jahre vorher mit ihr über mehrere Wochen Aufnahmen gemacht, Interviews aufgenommen und habe diese auch verschriftlicht und auch, ja, die sind online bestellt, die Audios, man kann sich diese anhören. Und ja, also der Plan, vielleicht entsteht auch irgendwann mal noch ein Punkt daraus, weil es gibt noch ein paar unveröffentlichte Kapitel, aber die Geschichte, also zum einen von ihrer Jugend, als sie noch kleiner war, mit ihrer abenteuerlichen Rückreise von Russland zurück ins Banat, bis sie daheim angekommen ist. Diese Geschichte ist komplett online verfügbar, auch auf unserer Webseite, der Banataspartner Kreisverband Heidron. Und ja, ich habe hier mal was vorbereitet und möchte euch hier mal etwas zeigen. Kommt mal mit, ich zeige euch was. Ja, das hier ist die Webseite der Landsmannschaft der Bernata Schwaben vom Kreisverband Heidron. Also unsere Webseite, hier auch einen großen Dank an Helmut Paul, der sich hier auch sehr engagiert und sich um die Inhalte kümmert. Und auch an den Vorsitzenden Anton Michels, die beiden betreiben die Webseite. Ich liefere hier aber auch immer wieder Inhalte und kümmere mich um die Administration. Wir haben jetzt hier verschiedene Subliken. Und hier unter Historik findet ihr die Chronik der Katharina Frank. Gehen wir mal da drauf. Also das ist ja quasi die Geschichte mit einem Intro. Hier sieht man die ganzen Kapitel. Und man sieht hier auch, das ist quasi die erste Audiodatei. Es sind insgesamt 30 Kapitel. Es gibt noch einige, die noch nicht veröffentlicht sind. Man kann dann hier quasi auf Play drücken und dann kann man sich ihre Stimme anhören, wie sie es im Original gesagt hat. Ja, es gibt hier eben das Intro, die Kindheit, Verschleppung, nach der Heimat und die Nachkriegszeit ist noch nicht erschienen. Ich gehe jetzt mal hier auf Verschleppung. Und was hier eben auch sehr interessant ist, ich habe hier auch viel mit Karten gearbeitet. Also es gibt noch weitere Karten, aber das hier ist die Karte eben zur Verschleppung, wie sie hier aus dem Banat eben hier über Odessa dann quasi nach Russland kam. Dieses rote Feld hier heißt, dass diese Orte hier nicht ganz sicher sind. Also dass wir nicht ganz genau wussten, wo das lokalisiert ist. Die anderen Orte, da gab es dann immer wieder Ortschaften, die sie nennen konnte, weshalb der Weg hier ziemlich sicher so dokumentiert ist. Man kann dann auf die einzelnen Symbole klicken und kriegt dann entweder ein Kapitel, auf das man klicken kann. Man kann über diesen Reiter gehen oder man geht eben hier über die einzelnen Kapitel. So und jetzt gehen wir mal hier rein. Ja, die Russen kommen. Und es gibt jedes Mal eine kleine Intro-Geschichte. Hier ist das Audio und das möchte ich euch zumindest also den Anfang kurz vorspielen. Und hier sind dann auch immer die verschriftlichten Gespräche quasi in Hochdeutsch. Ja. Da soll ich dir erzählen, wie man den Brust anstrebt. Ja. Also das war der 14. Jänner, 1945, also nicht so hat es sich gemacht. Wir waren alle doch eine ganze Woche in der Arbeit. Jede Mensch, von welcher Art ich kenne. Und am Sonntag waren wir daheim. Meine Schwester war auch verheiratet. Ich auch. Ich habe drei Kinder gehabt. Meine Schwester hat einen Sohn und noch ein kleiner mit acht Monaten. Der Franz. Jetzt, am Abend, wenn wir zu Nacht haben gehen, mein Vater ist immer noch ein bisschen spazieren gegangen. Kaum war er fort, so eine Dreiviertelstunde, kommt er hin, aufgeregt. Ja, was ist dann? Es war da oben. Was ist dann? Was ist denn? Was ist denn? Es hat gesagt, das Dorf ist umstellt mit Militär. Niemand kann aus und niemand darf reden. Die Russen sind da, die hollen, die mit Weibsleiten von 13 Jahren geboren bis 28 Jahren. Und die Jungen, die nicht im Krieg sind, 15-Jährige, 16-Jährige, die waren Alkohol. Ah, hallo. Seid ihr ja wieder? Ja, ich habe erklärt einen schönen Artikel aus der Banater Post, von zwei, die auszogen, um das belündern zu lernen. Also, Oktober 2013, den habe ich geschrieben. Kurz davor war ich mit meinem Vater in Rumänien eine kleine Rumänien-Reise gemacht, nach über 20 Jahren wieder vor Ort, auch Gesellerdorf besucht. Und ich habe dann einen Artikel geschrieben, weil es gibt da so ein schönes Märchen von einem, der auszog, um das fürchten zu lernen. Das ist eins meiner Lieblingsmärchen. Das hat mir auch die Josefa Michels Oma immer vorgelesen. Und wir sind wirklich, wir sind mit leerem Auto hingefahren und sind mit einem komplett vollgepackten Auto wiedergekommen. Wir haben da so viel Gaststeundschaftlichkeit auch erlebt noch von den Leuten, die noch dort sind. Und der ganze Kofferraum war voll mit Essen und Eingelegten und Schinken und Schnaps und alles. Und ja, sogar Besen. Besen haben wir sogar bekommen und mitgenommen. Also, ein Banater Besen, der hier immer noch bei uns in Benutzung ist. Ja, und zu dieser Reise ist eben der Artikel entstanden. Aber ja, ich habe diese ganze Reise und Fotos und Schinken auch noch bei einem Antlissprojekt integriert. Das möchte ich euch auch zeigen. Und das ist international, ist auch auf Englisch und da gucken mittlerweile Menschen aus der ganzen Welt drauf und schauen sich Fotos von Bananen an. Kommt mal mit, ich zeige euch wieder was Tolles. Ja, Fagabundler, das ist quasi meine Webseite, Fagabundler.com. Und ja, hier findet ihr ganz viele Artikel. Mittlerweile arbeiten da über 20 Leute rund um den Globus mit und schreiben Beiträge und schicken Fotos. Und man kann jetzt hier eben auf der Karte, der Weltkarte auf Rumänien klicken. Das machen wir mal. So, und dann haben wir hier auch eine Karte zu Rumänien. Und hier sieht man quasi die Strecke, die wir abgefahren sind. Und auch mit ganz vielen wieder Artikeln und Fotobeiträgen. Man kann das anklicken. Hier ist eine Sammlung zu Fahrzeugen in Gisela, der Friedhof. Und man kann hier auch runter scrollen und kriegt dann die einzelnen Beiträge. Manchmal Fotobeiträge, manchmal ausführliche Artikel. Es ist auf Englisch. Das heißt, Menschen aus aller Welt können sich diese Beiträge und diese Fotos anschauen. Ja, und das Ganze ist verknüpft natürlich mit der Seite der Landsmannschaft, der Banater Schwaben. Aber so geht das Ganze nochmal international und wird von Leuten um die ganze Welt angeschaut. Ja, eine Sammlung von Hunden gibt es auch. Ich habe mir hier mal eine Kleinigkeit zu essen gemacht. Hier ganz leckerste Kipfel von meiner lieben Brückerz-Goti. Hier natürlich leckerste Sakuska. Kuja-Creme darf nicht fehlen. Und Tamp-Geschniednis. Ja, also ich denke, auch wenn über die Generation hinweg manche Traditionen vielleicht nicht mehr so gelebt werden oder vielleicht auch ein bisschen verloren gehen, was auf jeden Fall nicht verloren gehen wird, weil es einfach mega lecker ist. Das sind halt diese ganzen tollen Spezialitäten, die wir aus dem Banat haben. Hierbei auch diese schöne Artikel hier. Langosch-Quetschgelequa und Doboschtorte. Ja, und das ist nach wie vor so. Also ich wohne zwar in Frankfurt, aber jedes Mal, wenn ich zu meinen Eltern oder zu meiner Familie fahre, ist das dann genauso ähnlich wie vorher beschrieben, dass das komplette Auto voll ist. Und zum Beispiel meine liebe Goti versorgt uns auch reichlich mit was ganz, ganz Besonderem. Ja, da haben wir eine Portion. Aber wir essen auch gern viel. Super. Ja, und ich zeig euch nochmal etwas, was ein bisschen mit Essen zu tun hat. Ja, ein Beitrag zu dem leckeren Essen, das wir auf unserer Banatreise bekommen haben, bei unseren vielen Besuchen, ist auch mit bei Fagabuntler. Mmmh, leckerer Kuchen. Suppe natürlich. Ja, Dschunge. Und ja, es sind jetzt nicht so viele Fotos. Da kann man noch welche hinzufügen. Aber es ist hier eben auch mit integriert und die ganze Welt kann es sich anschauen. Ja, und habt ihr auch schon etwas Hunger bekommen? Ja, leckerte Sachen. Und ja, da sind wir auch schon am Ende von einem kleinen Video. Ich habe hier nochmal den letzten Beitrag, der war jetzt im März diesen Jahres. Was verbindest du mit dem Banat? Ja, also meine Vergangenheit, meine Geschichte, gutes Essen, Gastfreundschaftlichkeit und ja, eben meine Familie. Und ich denke, ich bin jetzt mittlerweile Journalist und ich denke, dass diese ganze Vergangenheitsgeschichte, wie sich das auch alles abgespielt hat, als ich klein war, das Ganze vielleicht noch als Aussiedlung zu sehen. Und mittlerweile weiß ich, dass es ja auch eine Flucht war, das vor einem unbetrückerischen Regime. Und diesem Ganzen auf den Grund zu gehen, denke ich, war ein Mitfaktor, dass ich überhaupt Journalist geworden bin. Und da hat mich eben, ja, das ganze Banat auch geprägt. Und dadurch, dass ich in meiner Vergangenheit forschen konnte und wollte, habe ich auch erkannt, wie wichtig so etwas ist. An dieser Stelle möchte ich auch großen Dank und Gruß an Herrn Josch rausgeben, Josef Michels, der auch ganz viel in der Anforschung betrieben hat und der auch da schon ganz viel Sachen gemacht hat. Zum Beispiel auch eine Kooperation mit Südamerika, mit Brasilien aufgebaut hat. Und ich finde, es ist wichtig, solche Dinge festzuhalten, solche Dinge zu bewahren, zu archivieren. Das sind wichtige Informationen. Und mit den Projekten, die ich quasi umsetze und mache, versuche ich, das auch für die Nachwelt festzuhalten. Aber auch für euch, wenn es euch interessiert, könnt ihr da auf die Seiten gehen, euch die Fotos angucken, die Interviews anhören. Und ja, das war es hier von mir aus Frankfurt. Ich wünsche euch noch ein schönes weiteres virtuelles Treffen. Und ich werde jetzt mal mal hier einen Kipfer essen. Mein Mutterspruch Mein Mutterspruch ist mir so lieb und tue sie auch gebrauchen, weil überall, wo es Menschen gibt, ihre Ströme auch rauschen. Mein Mutter hat mich so gelernt, als kleines Kind schon lalle. Und niemand hat mir so entfernt, weil mit Stolz ich tut, drohe und halle. Wann ich jetzt hört, die sie so laut in meiner Mutterspruch erklinge, nur möchte ich, weil er gar so traut, ein Lieder von gleich singe. Drum, wann ich dann mal schlafen gehe und es lebe das in mir, nur singt mir doch, dass ich's verstehe, ein schönes Schwobeli. Jo, schwobisch möchte ich grise euch beim Abschied all noch mal und gehe dann auf ins Himmelreich zum Herrgott vor sein Thron, wo die Schwobel sich in großer Zahl dort ruhe aus von ihrer Bloch, sich erzähle schön vom Erdental und des in meiner Mutterspruch. Das glaubt man gar nicht, dass das die Gistie ist. Da ist ja gar kein Wasser drin. Das ist furztrocken. Da ist überhaupt kein Wasser mehr. Wahnsinn. Kein Wasser. Und dahin haben wir die Kirche. Das Dorf. Und da, der seit Niklas, sein Haus wächst jetzt zu. Das ist Wald. Das ist unser Haus. Das wird jetzt Wald. Ich glaube, da ziehen die Wölfe ein. Nein, da ist nichts mehr. Wahnsinn. Ich bin immer lah. Die Wölfe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020